Altherrenkreisliga Nationalspieler, Bundesliga-Profi, Trainer Thorsten Frings hat eine bewegte Karriere im Fußball. Nun schnürt er wieder die Schuhe, in der Altherrenkreisliga. Der frühere Fußball-Nationalspieler Thorsten Frings steht vor einem Comeback. Der 42 Jahre alte Ex-Profi will im neuen Jahr für den niedersächsischen Altherrenkreisligisten Bremerförde SC auflaufen. Einen Bericht der Bremerförde-Zeitung bestätigte Frings. Demnach habe der langjährige Profi von Werder Bremen bereits einen Spielerpass vorliegen und könnte am 15. März 2019, knapp sechs Jahre nach seinem letzten Profi-Einsatz für den kanadischen Klub FC Toronto, gegen die SG Umbel auf dem Rasen stehen. Frings ist mit Bremerförderspieler Thomas Deitemann befreundet. Ich habe Thorsten irgendwann einfach mal angesprochen, ob er nicht Lust hätte, ein bisschen aus Spaß beim BSC zu kicken. Er hat spontan Ja gesagt, erklärte der Kapitän der Ü32-Mannschaft. Der 78-fache Nationalspieler kam für Werder Bremen, Borussia Dortmund und dem FC Bayern München zwischen 1997 und 2011 auf 402 Bundesligaspiele und erzielte 49 Treffer. Danach ließ er seine Karriere in Toronto in der Major League Soccer ausklingen. Zuletzt war Frings bis Dezember 2017 Trainer des Zweitligisten Darmstadt 98. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team